Was waren eure Gedanken da draußen? Vielleicht dein Gedanke, den du hattest und vielleicht in die Kommentare geschrieben hast zum letzten Video zu der Thematik des physikalistischen, materialistischen Weltbildes, wo wir einsteigen in eine neue Reihe. Da wollen wir jetzt einfach mal reingucken und uns ansehen, was habt ihr denn da für Fragen gehabt oder geschrieben. Auf ein paar Sachen möchte ich hier in einem kurzen Video einfach mal eingehen und die Kommentare mit dir so ein bisschen durchgehen, weil scheinbar ist das auch ganz gut angekommen. Habt ihr euch letzte Woche auch für bedankt und deswegen versuche ich das mal hier oder da, vielleicht auch öfters beizubehalten, wirklich mal die Live-Reaktionen hier auf die Kommentare von euch mit einzuflegen oder da irgendwie auch regelmäßiger Videos zu machen. Genau, also wenn du das Video nicht gesehen hast, worum es geht, ich verlinke das hier oben, hier irgendwie so, müssten das dann zu sehen sein. Das basiert auf dem Buch von Bernardo Kastrup, Why Materialism is Belluni, also warum Materialismus, dieses Weltbild, warum das Quatsch ist, da hat er ein Buch drüber geschrieben und das wollen wir uns nach und nach angucken. Und wie gesagt, jetzt aber eure Kommentare dazu. Ich nehme dich hier mal mit in diese Liste rein. Ich fange relativ weit unten an und gehe hier mal so Schritt für Schritt hoch. Also ich gehe nicht auf alles jetzt ein, aber hier zum Beispiel. Ja, gebe ich dir recht, das ist diese Interface Theory of Perception, der vergleicht dann unsere Wahrnehmung mit einem Desktop, also das, was wir halt am Computerbildschirm haben. Und da gehen wir auch noch drauf ein. Also da geht auch der Herr Kastrup, Dr. Kastrup drauf ein in seinem Buch, auch auf Ansätze eben von Donald Hoffman. Das ist sehr, sehr nah beieinander und im Grunde genommen eine andere Metapher, die er da nutzt. Und ja, wo da interessante mathematische Modelle oder Forschungen jetzt auch passieren. Also das kurz zu Donald Hoffman, ja, greifen wir auf. Da geht es in die Richtung. Ja, danke für eure, das kam jetzt von einigen, hier zum Beispiel Michael Rupp, 31, 78. Du hast hier auch die Antwort gegeben, wie denn dieser Film hieß, Flucht ins 23. Jahrhundert. Genau, weil ich hatte von diesem Film gesprochen, wo die Leute dann irgendwie alle Selbstmord begehen. Und ich kann noch mal ganz kurz gucken, wenn ich mal eben einmal kurz hier zeigen, wie der denn aussieht. Flucht ins 23. Jahrhundert, weil den meinte ich, wo die Leute nachher in dieser merkwürdigen Kuppel, in diesem Karussell, glaube ich, ja genau, dann irgendwie alle drin sind. Und dann so ein, ich glaube, mit 21 sterben die da nämlich alle, beziehungsweise denken dann, dass sie halt erneuert werden, in so einen Wiedergeburtskreislauf oder irgendwie in einen anderen metaphysischen Zustand gelangen. Und das kann man sich dann halt hier ansehen. Auf YouTube gibt es nicht den kompletten Film, aber einfach Auszüge davon. Das ist jetzt ein alter Film. Aber genau da ist das dann und findet dieses merkwürdige Ritual statt, wo die hier nachher alle unten in der Mitte stehen. Wenn die Leute jubeln und dann fangen sie halt hier irgendwie an, nachher, na, ich seppe mal ganz kurz, kommt dieses Licht und schöne 80er Jahre Klänge dazu. Und dann fangen sie halt hier irgendwie an, hochzufliegen. Sieht man das noch? Na, das kommt hier nicht mehr. Auf jeden Fall schweben die nachher alle nach oben und eigentlich sterben die dann da. Das meinte ich, ne? Also da ging es irgendwie tatsächlich drum. Und genau. Ja. Das halt so zu dieser Thematik. Also kurz einfach Danke an alle, die mir geschrieben haben. Der Film heißt Flucht ins 23. Jahrhundert. Genau. Okay, gehen wir mal weiter. Ach genau, das Karussell schreibt hier noch Faceless 3964. Ja, hier ist jemand schnell abgesprungen. Bin am Anfang gleich wieder raus. Wir brauchen Gottes Schöpfung. Gebe ich dir sogar recht. Also jetzt aus meiner christlichen Sicht, wenn ich auch vieles naturwissenschaftlich halt krass hinterfrage oder weltbildtechnisch, ja, brauchst du hier nicht abspringen. Aber gut, dann wirst du das jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr hören. Wahrscheinlich missverstanden irgendeine Aussage von mir. Jürgen, du hast hier einen Link reingesetzt zu Grenzen des Wissens. Habe ich auch schon kurz draufgeklickt. Fand ich auch interessant. Werde ich mir mal genauer angucken. Vielen Dank dafür. Der Film Die Zeitmaschine. Ne, den meinte ich nicht. Hatten wir jetzt schon. Flucht ins 23. Jahrhundert. Hier nochmal auch von Stück 9729. Ja, wirklich interessant der Film. Also da haben die so ein bisschen wie bei In Time, dieser modernere, wo die halt so eine Uhr haben, wo die Zeit abläuft. Die haben von Geburt an halt so einen Kristall in der Hand und der zeigt dann je nach Farbe, wie lange sie noch zu leben haben. Bis sie eben in diesen Zyklus kommen, wo sie dann halt damit nach oben fliegen müssen und sterben eigentlich. Aber die denken ja nicht, dass sie sterben. Und sie leben da irgendwie unter einer Kuppel. Die kennen das Tageslicht nicht mal. Sind abgeschirmt. Und frönen einem exzessiven Hedonismus auch. Da ist irgendwie alles erlaubt. Und irgendwie auch alles relativ sinnfrei geworden. Und darum handelt es, wie dann eben dieser Logan, der Hauptdarsteller, ja dann auch nachher aus der Stadt da rauskommt. Und merkt, es gibt außerhalb auch ältere Leute oder auf dem alten Mann treffen sie. Und halt auf so Sinnfragen andere. Also es ist, glaube ich, wirklich interessant. Die müssen wir auch nochmal dann ansehen. Ich hatte da jetzt nur nochmal reingesappt, worum es genau ging. Genau, hier interessant. Frank the Think Tank. Du hattest gefragt. Ich frage mich, ob Herr Kastrup schon einmal über längere Zeit Hunger leiden musste. Ich weiß nicht genau, warum du zu der Frage kommst. Aber wahrscheinlich so, naja. Warum stellt man sich solche Fragen, die er sich stellt oder so. Ich weiß nicht ganz genau, was die Intention da ist. Aber Leute, die halt schlimme Dinge erlitten haben, gehen ja dann doch an bestimmte Themen aus einer anderen Perspektive heran. Vielleicht das irgendwie. Und da kann ich dir sagen, der Bernardo Kastrup hat nicht über längere Zeit Hunger gelitten. Aber der stand vor ein paar Jahren tatsächlich vor einem Suizidversuch oder zumindest hatte er das gedanklich durchgespielt, weil es ihm so schlecht ging aufgrund einer Erkrankung. Da hat er mal drüber gesprochen. Keine körperliche, wo er eh dran gestorben wäre, sondern ein Tinnitus, der so schlimm war, dass er halt wirklich da sein Leben beenden wollte. Also der war mal in einer lebensbedrohlichen Lage und das hat dann auch dazu geführt, dass er sich von seiner früheren Arbeit so getrennt hat. Auch wenn die nicht schuld da dran war und so. Aber dass er halt diesen Weg hier eingeschlagen hat, mehr über die Themen zu schreiben, mit denen wir uns hier beschäftigen. So. Würdest du die rote oder die blaue Pille nehmen? Fragt hier MaxiKing2609. Also Bezug auf Matrix. Kennen die meisten den Film. Ich würde wohl die rote Pille nehmen. Genau. Hier Theresa Zauning7007. Du fragst, welche Aussagen von Stephen Hawking war da speziell gemeint? Da bin ich nicht ganz sicher. Also ich habe tatsächlich auch da jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Müsste ich nochmal ins Buch reinschauen. Sorry, dass ich es nicht gemacht habe. Es gibt aber, das hatten wir in anderen Videos zu der Gotthypothese. Da hatte der Stephen Meyer Aussagen vom Stephen Hawking zitiert. Die habe ich da in Videos auch drin. Wo Stephen Hawking halt einfach relativ knallhart sagt. Also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, das ist jetzt kein Zitat von ihm, aber dass im Grunde genommen es bewiesen oder klar ist, dass kein Gott existiert. So diese Meinung hat er da schon vertreten. Und ich vermute, dass der Herr Kastrup das eben auch meint. Irgendjemand, 9458, du heißt hier so, Nickname. Du schreibst hier, da spricht der Neid eines Philosophen, dass ein Physiker die Welt besser erklären kann als ein Philosoph. Philosophen können nur spekulieren, aber niemals beweisen können, dass ihre Gedanken etwas mit der Realität zu tun haben. Dazu braucht es empirische Forschung, also den Physiker. Genau, ja, verstehe ich erstmal, was du da sagst. Da hatten wir uns aber auch in dem Video ja mit auseinandergesetzt. Also die Physiker, jetzt wieder Vergleich Computerspiel. Die Physiker beschreiben das, was im Spiel passiert, innerhalb des Spiels, die Regeln, die da sind, wie hoch ein Charakter springen kann im Computerspiel und so weiter, wie Entfernungen zu messen sind und alles, was halt innerhalb des Computerspiels stattfindet. Philosophen beschäftigen sich dann mit der Frage nach der Technik, die dahinter ist. Also CPU, RAM, der Computer an sich, der nicht sichtbar ist. Das heißt, wenn du und ich Avatar in einem Computerspiel wären, könnten wir da daraus normalerweise nur, ja, also ohne Empirie kann man halt nur philosophische Rückschlüsse ziehen auf das, was halt dahinter in Technik steht. Und tatsächlich muss man sagen, dass deswegen die Philosophie, ja, ich habe das früher auch immer gedacht, dass das irgendwie so ein Quatsch ist und die Leute da eigentlich nur des Redens wegen reden und zu gar keinen Schlüssen kommen, sehe ich mittlerweile anders. Und was ich da auch in dem Zusammenhang interessant fand, ist die Tatsache, dass es früher vor der wissenschaftlichen Methodik, könnte man sich ja fragen, woher kommt die denn überhaupt? Das ist also die Zeit der Aufklärung gewesen. Also 17. Jahrhundert oder naja, frühe Renaissance, da hatten wir Galileo, Galilei. Da ging es dann los, dass eigentlich aus der Naturphilosophie, die es damals nur gab, sich nach und nach eine Veränderung kam, die dann eben auf die empirisch basierte Naturwissenschaft hinlief. Und das wurde dann verstärkt, 17. Jahrhundert, Galileo, Kepler, Newton. Da ging es dann eben in die Richtung, wirklich die wissenschaftliche Methode zu formulieren durch Beobachtung, Experiment, Analyse. Und das rückte dann in den Vordergrund. Aber die Geburtsstunde des Ganzen verdankt das der Naturphilosophie. Also da kommt das Ganze her. Und wie gesagt, Beispiel Computerspiel, das hat seinen Platz und ist wahnsinnig wichtig, weil ich will ja wissen, wie ich im Spiel jetzt nicht irgendwie sterbe. Also wie kann ich das Spiel spielen in der Realität und die Realität so gebrauchen, dass es möglichst gut funktioniert. Aber alle Messungen, die stattfinden, finden halt innerhalb dieses Spiels statt. Und das, was außerhalb ist, dafür ist dann eben die Philosophie zuständig. Genau, deswegen glaube ich nicht, dass es der Neid eines Philosophen ist. Der Herr Kastrup ist ja beides, ne? Das hatte ich gesagt. Der hat einen Doktor in Philosophie und einen Doktor in Computerwissenschaften angewandten und hat am CERN gearbeitet. Deswegen wird das da nicht wahrscheinlich der Fall sein. Ja, gucken wir mal weiter. Vielen Dank fürs Lob hier immer. Sehr interessantes Thema. Massa 6784. Du schreibst hier, ich thematisiere eins deiner größten Themen des Lebens. Danke. Hast du dich eigentlich mal mit Burkhard Heim beschäftigt? Ja, habe ich. Ich habe ein, zwei Bücher drüben von Burkhard oder über Burkhard Heim und über seine Theorien. Und der Hannes Schmidt kann ich da empfehlen. Sechs Dimensionen in Farbe, YouTube-Kanal. Der beschreibt diese Gedankenwelt des Burkhard Heim und seines physikalischen Weltbildes oder seiner Erklärung. Die versucht er so runterzubrechen, dass man es als Laie einigermaßen raffen kann. Und trotzdem ist es irre kompliziert. Aber es ist sehr, sehr spannend. Und ich würde auch sagen, dass Dinge des Burkhard Heim, wenn er da von höheren Dimensionen, fünften, sechsten Dimensionen, wo es dann halt um auch sinngebende Dimensionen gibt, also so wie wir die Dimension der Zeit haben, die gibt halt einen Ablauf vor. So hat der Burkhard Heim dann ja diese höhere Dimensionen noch, die er annimmt oder mathematisch dann eben auch mit einberechnet, wo es darum geht, wie Strukturen oder Formen sich bilden und warum. Also dass diese Ordnungsstrukturen halt auch durch Dimensionen abgebildet werden. Nicht nur Zeit, das was wir kennen, sondern auch Ordnungsstrukturen und Verhaltensweisen und so. Also es ist wirklich super interessant und ich denke, da überschneiden sich nachher vielleicht auch Sachen, wenn es um diese Thematik des Idealismus geht und eines Bewusstseins, was dahinter steht. Aber, ja, genau, kurze Antwort, ja, mit Burkhard Heim habe ich mich beschäftigt und ist auch sehr interessant. Gehen wir bestimmt auch mal drauf ein. Okay, 14 Minuten. Ich wollte nicht zu lange machen, deswegen mal ganz kurz hier gucken. Forschungsergebnisse von Raymond Moody. Ja, genau, also so Nahtoderlebnisse und sowas, da kommen wir auch zu. Stefan Mordz, vielen, vielen Dank für diesen süßen Kommentar mit den ganzen Bildchen. Vielen Dank fürs Danke hier nochmal an euch alle. Hanni, Deborah, der Rollo. So, genau, ein Kommentar hatte ich doch hier irgendwo, wo ist der denn? Den wollte ich nämlich eigentlich auch gerne kurz aufgreifen, wo jemand gesagt hatte, dass er das nicht für richtig hält, dass ich an irgendeiner Stelle Materialismus und Atheismus gleichgesetzt habe. Finde ich dich? Das ist jetzt so die Frage. Falls ich dich jetzt nicht auf Anhieb finde, da habe ich mir nämlich auch kurz Gedanken zu gemacht und da gebe ich dir natürlich recht, dass das nicht richtig ist, wenn man das gleichsetzt. Und wenn ich das gemacht habe, ich habe nicht genau die Stelle jetzt irgendwie geguckt, wo ich was wie gesagt habe, aber kann schon sein, dass es so klang. Und das ist auf jeden Fall nicht richtig, das gleichzusetzen, Materialismus und Atheismus, weil du hattest geschrieben, Mensch, das tut mir jetzt leid, dass ich dich jetzt nicht finde gerade. Du hattest geschrieben, dass du Atheist bist, aber dich nicht als Materialist verstehst und dass du halt sagst, ja, dass ja halt alles Energie ist und die Energie bleibt ja erhalten und dass das halt so dein Ansatz war. Du hattest auf jeden Fall hier den Punkt erwähnt, dass du sagst, naja, Materialismus und Atheismus sind da halt nicht gleichzusetzen. Und das wollte ich kurz bestätigen, wie gesagt, also Materialismus ist ja eine monistische Ontologie, sagt man dazu. Also sie nimmt als Substanz von allem eine einzelne Grundlage, nämlich Materie. So, das ist einfach eine Frage, wie verstehe ich die Realität aus? Was ist die Realität im tiefsten Ursprung? Monistisch, weil man sagt eben aus nur einer Sache ist alles aufgebaut, nämlich aus Materie. Oder jetzt in deinem Beispiel müsste man ja eher dann sagen, aus Energie, was auch korrekter ist, also das Feld, was schwingt und irgendwie sich dann so entfaltet, dass es aussieht wie Elementarteilchen. Also sagen wir mal dann so von mir aus auch jetzt, da haben wir halt eine Basis und alles ist Energie, kann man auch sagen. Also das ist der Materialismus, der geht halt davon aus, wir haben eine Basis, so, materialistisches Weltbild. Der Atheismus hat natürlich eine ganz, zielt in eine ganz andere Richtung, der fragt ja gar nicht danach, ist jetzt irgendwie, woraus besteht die Welt? Ist die Welt im Ursprung jetzt Materie, ist die Welt im Ursprung Energie oder ist die Welt im Ursprung Bewusstsein? Sondern der Atheismus stellt einfach eine Aussage oder eine verneinende Aussage in Bezug auf die Frage auf, gibt es einen Gott oder Götter? Also der Atheismus hat natürlich eine ganz andere Zielrichtung mit seiner Fragestelle, Bezug auf Religion, auf Glauben und der Atheismus ist damit keine Philosophie oder Weltanschauung, Sondern sagt ja einfach nur etwas darüber aus, was diejenigen, die Atheisten sind, halt als nicht glaubhaft für sich akzeptieren. Also kein Gott, einfach die Ablehnung eines Gottesbildes. Genau und damit können Atheisten natürlich ganz unterschiedliche Weltanschauung haben und auch ganz unterschiedliche philosophische Richtungen damit vertreten. Also da gibt es dann Atheisten, die haben vielleicht dann eben diese materialistische Weltsicht, dass sie sagen, okay, ich glaube im Grunde ist auch das, was wir Bewusstsein nennen und so ist halt im Grunde genommen alles, hat da seinen Ursprung nur in Materie. Das, was wir Bewusstsein als Bewusstsein erleben, ist nur eine Illusion oder es ist gar nicht real, eigentlich ist die tiefste Realität, die da existiert, ist einfach nur Teilchen. Aber ein Atheist könnte auch, naja, in Bezug auf metaphysische Fragen agnostisch sein, dass er jetzt einfach sagt, so ich weiß es nicht, also das offen lässt. Oder könnte auch ein Idealist sein, dass er sagt, so ich lehne zwar Gott ab, also diese Gottesbilder, die halt in den Kulturen existieren. Aber dass er vielleicht irgendwie sowas wie ein Bewusstsein annimmt und das einfach aus der Formulierung heraus dann anders empfindet, dass er nicht sagt, so Gottesbild, sondern irgendwas gibt es da, was halt wie Bewusstsein vielleicht alles steuert. Also ein Atheist könnte sogar Idealist sein, würde ich jetzt mal behaupten, aber es ist wahrscheinlich eher nicht die Regel. In jedem Fall hast du recht gehabt mit deiner Aussage, das wollte ich da nur noch kurz zu sagen. Genau. Und ansonsten, ja, vielen, vielen Dank einfach für die ganzen interessanten und spannenden Kommentare, die da immer so bei sind. Das sollte jetzt einfach nur mal ein kurzer Auszug sein. Wie gesagt, ich wollte jetzt auch nicht so super lang machen, hier diese Reaktion, einfach nur mal so die spannendsten oder, naja, die spannendsten sind es auch nicht, aber einfach mal so zwei, drei Punkte herausgreifen. Ach, eine Frage gab es noch und zwar hier, ach, hier habe ich es sogar gerade. Genial. Ja, Freudenspender5423. Du hast gefragt, gibt es in der Tierwelt Fälle, wo aus Verzweiflung Tiere Selbstmord begehen oder machen das nur Menschen? Fand ich interessant die Frage, ich habe da mal geguckt, ob es irgendwie Antworten dazu gibt und das ist natürlich gar nicht so einfach, da was zu finden. Also eine schnelle Antwort kann auch immer falsch sein, das jetzt halt deswegen mit Vorsicht zu genießen, das, was ich dir hier sage dazu. Und meine Aufforderung ist bei solchen Sachen auch immer, wenn du Lust hast, dann recherchier doch einfach mal, such bei Google oder Google Scholar, ob du da noch irgendwie was zu findest. Hier ist auf jeden Fall aus Mayers Konversationslexikon ein Zitat, Selbstmord bei Tieren. Und ich lese das mal vor, Selbstmord bei Tieren. Schon im Altertum wurde behauptet, dass gewisse Tiere in verzweifelten Lagen Selbstmord üben, indem zum Beispiel der von einem Feuerring eingeschlossene Skorpion sich in den Kopf steche und ebenso Giftschlangen sich in der Gefangenschaft tödliche Bisse beibrechten. Es musste nun zwar von vornherein als unwahrscheinlich erscheinen, dass ein Tier mit voller Absichtlichkeit Selbstmord begehen könne, da man ihm schwerlich ein Verständnis für den Tod überhaupt und die Endigung seiner Qualen durch denselben zuschreiben kann. Indessen haben Thompson, Ray Langster und andere beobachtet, dass tatsächlich der durch Hitze auf sein Körper konzentriertes Sonnenlicht gereizte Skorpion seinen Stachel auf sich selbst richtet und dann bald stirbt. Pryor und Byrne zeigen aber, dass diese Tiere schon bei einer Temperaturerhöhung auf 50 Grad sicher sterben und dass ein starker Schmerz im Kopf die Ursache sein mag, wenn so gepeinigte Tiere den Stachel dorthin richten, wo sie einen Gegner, der den Schmerz verursacht, zu treffen glauben. Giftschlangen vermögen sich ebenso wenig wie der Skorpion, durch ihr eigenes für sie nahezu unschädliches Gift zu töten. Dass gefangene Tiere die Nahrung verweigern und dann leicht verhungern, kommt allerdings häufig vor. Allein die Nahrungsverweigerung ist dann mehr auf Störung ihres Wohlbefindens als auf Selbstmordabsichten zurückzuführen, ebenso wie der Hund auf dem Grabe seines Herrn nur aus Trauer und Unlust zu fressen zugrunde geht. Als vorbereitende Handlung zum Selbstmord hat man früher auch wohl auch das Abstoßen von Gliedmaßen und Körperteilen bei Krebstieren, Seesternen usw. bezeichnet, was vielmehr Wohlfahrtseinrichtungen sind, Vergleiche Art, Selbstverstümmelung bei Tieren usw. Also hier geht es in diesem Kommentar zumindest darum, dass man sagt, nee, das was bisher angenommen wurde, dass Tiere sich da irgendwie selbst schaden oder so, das scheint nicht so zu sein. Da sieht es wohl so aus, dass diese Verhaltensweisen, die da auftauchen, einen anderen Grund haben, wie mit dem Skorpion jetzt, der denkt, da ist ein Feind, ich steche irgendwo hin, trifft sich selbst und so und eh schon in so Stresssituationen. Genau, weil wir natürlich auch über diesen Stamm da gesprochen hatten, wo diese Selbstmordrate so hoch ist. Das war in dem letzten Video ja auch nur ein Punkt gewesen und die Frage des materialistischen Weltbildes als Auswirkung darauf. Ein letzter Kommentar noch und der war nämlich ganz oben vom Oliver, Oliver Vlogger. Schreibst hier, lieber Jascha, wie immer ein gelungenes Video. Vielen Dank dafür nochmal. Du schreibst jetzt hier, das Weltbild, an das man glaubt, prägt im Wesentlichen auch das Menschenbild und das Selbstbild eines Menschen, bewusst und unbewusst. Wer dogmatisch an das materialistische Weltbild glaubt, neigt eher dazu, Mitmenschen als Objekt zu betrachten und zu behandeln und hat eher ein Selbstbild eines, in Anführungszeichen, nur biologischen Wesens. Wer hingegen ein geistiges Weltbild mit in Betracht zieht, sieht seine Mitmenschen als Subjekt und behandelt sie auch entsprechend wertschätzend und sieht sich im Selbstbild als ein geistiges Wesen mit einem biologischen Körper. Je nach Weltbild entsteht demnach ein entsprechendes Denken und Handeln. Das ist zumindest meine Erfahrung nach über 30 Jahren intensiven Kontakte zu wirklich vielen Menschen. Ja, interessant. Auch hier diese kurze Erklärung von dir einfach nochmal, wie du das auf den Punkt bringst, ne. Mitmenschen als Objekt betrachten und man selbst ist, in Anführungszeichen, ja nur so ein Haufen Zellen, ne. Nur ein biologisches Wesen oder dann ein anderes Weltbild verändert den Blick auf andere und auf sich selbst. Sehr interessant. Und das ist es auch, was uns hier weiter beschäftigen soll. In den nächsten Videos, die dann hier zu kommen, aber erst in vier Wochen geht es dann hier weiter mit dem Thema. Dazwischen kommen ein paar andere Sachen. Ja, mich hat es gefreut, dass du dabei gewesen bist. Auch jetzt hier für diese Frage-Antwort-Stunde, die einfach mal so rausgehauen ist. Und genau, wenn du noch jetzt zufällig hier reingestolpert bist und so und dich sowas interessiert, lass ein Abo da. Immer der Hinweis da drauf. Gib einen Kommentar oder unterstützt den Kanal. Gerne auch finanziell steht unten drunter, wie es geht. Und ich sage vielen Dank und wünsche jetzt erstmal eine schöne weitere Woche und freue mich, wenn wir uns in Kürze dann schon wiedersehen. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.